Hasta Prasarana Padmasana ist der Lotussitz mit Armen weit ausgestreckt. Vom Lotussitz ausgehend, gib die Arme zur Seite, Handflächen nach oben oder Chinn-Modran, Hände nach oben. Fühle dich geöffnet zum Himmel hin, spüre die Himmelskraft, fühle den Segen und bitte um Inspiration. Wir müssen hier noch mal yhre für die Konferenz fliehen, bitte umount, Hände nach oben. Und nicht in den Segen, scherz zu Sägen, scherz zu Sägen und dann auch die Augen und sich hier zu Sägen.